Okay, entschuldige Unterbrechung. Wir sind schon wieder da. Ja, gut. War wahrscheinlich jetzt eher am folgenden Schnitt, von daher ist es nicht ganz so schlimm. Ja, wo waren wir? Ach ja, wir füllen hier jetzt. Aber wir können jetzt noch ein Stück schieben. So, dann füllen sie das. Dann kann ich als nächstes hier anfangen. Versuche ich, das ein bisschen taktisch zu machen. Dann könnte ich hier nämlich die Ecke ein bisschen besser füllen. Ich komme dann irgendwann hier raus. Ah, hier oben füllen sich die Steine langsam wieder ein bisschen. Du bist doch äh, na. So, jetzt gehen wir wieder in den Crawley arbeiten. Hat wieder mal einer von euch Steine zurückgebracht, hä? Ja, ich bin jetzt hier. Gebild wird, Steine kommen Wir sind hier aber auch bald auf Erdhöhe Bei dem Stück Da haben wir noch ein gutes Stück vor uns Was Quarry angeht Aber wir müssen ja auch die ganze Fläche Noch einmal mit einer Deckschicht abdecken Dass wir eine homogene Ebene haben Sag ich mal, wo alles gleich aussieht Also ich will halt nicht sowas hier nachher auf dem Burgfundament haben Auch wenn ich sowas haben werde Ein Stück hier vorne Aber das kann man ignorieren So, sammeln den letzten Stein noch ein Und weiter geht's So, jetzt So, jetzt Oh? Okay, läuft. Oh, da ist ja auch fast nichts mehr. Ich schnapp den Stein und bring ihn weg. Oh, da ist ja auch fast nichts mehr. 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 Hey, nicht mehr lange, ey. Wir haben das hier auch fertig aufgefüllt, wenigstens. Da ist die Seite so gefüllt wie die Seite. Wenn man sich mal überlegt, wir waren mal hier unten irgendwo, hier in dem Bereich und haben bis hier hoch aufgefüllt. Das auf zwei Seiten. Ja, hier sieht man's ganz schön. Wobei hier zu füllen noch lustig werden dürfte. Okay, Steuerung. So. So. So müssten wir das machen, glaube ich. Komm mal kurz her, Newton. Dann kommst du auch mal kurz her, Rosalyn. Jumps mal kurz da drauf, dann solltest du den da auch füllen können. Gut. So, das heißt, die Ecke ist schon mal geregelt. Neuer Flettentask. So, das heißt, das ist schon mal geregelt. So, das heißt, die Ecke war da vorne. So, das heißt, dann können wir uns das einfach machen. So, okay. So, es ist, dann ja、 ich könnte das ja, ich glaube da vorne. So, wenn es so wäre, dann würde ich auf 좋아sehen. So, diese Ecke ist mir klar. Ah, da ist wieder was schief gelaufen. Ach, auch gut, wo spart man Stein. Oh. Sag doch, dass ihr hier fertig seid und beim Kuscheln rumsteht. Äh, so bitte. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Die Treppe ist unnötig fast schon eigentlich, aber egal. So, sammeln wir mal die da ein. Na, dann kannst du weitermachen. So, währenddessen planten wir die zwei Quarys hier. Äh, ich mag's nicht, wenn's dunkel wird. Ah, das war zu hoch, so. Dann lassen wir mal die Treppe da stehen, weil wir sie stehen lassen können fürs Erste. Also das hier muss in den Bereich vom Nächsten. Das ist zu viel, das ist gut. So, dann noch die Höhe richtig anpassen. Gut, so. Und ja, die Treppe, die stimmt sogar schon so, wie sie hin sollte. Ja. Okay. Okay. Ja, es wird schön flach gemacht Oh, hier seid ihr auch schon wieder fertig Dann geht mal da hin Das sind 32 Also für jeden 4 Fuhren wären das Da wir aber immer weiter nach unten gehen Und es in die Breite ziehen dabei auch Sollte Daraus mehr werden Erstmal schön zu sehen, dass die Steinvorräte wieder wachsen Aber jetzt schrumpfen sie auch wieder Und ja, ziemlich viele dicke Wolken gerade um uns rum Nur der Nordpol ist zu sehen Ich sehe keinen Oh, und natürlich die Milchstraße und die Sterne Ich sehe aber keinen Kruappen gerade Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es so dunkel ist Ach, Mensch Mensch, Mensch, Mensch Muss das sein? Sehr hilfreich Und ja, nicht viermal, sondern zweimal muss jeder Mensch Leute, ich kann euch nicht die ganze Zeit immer babysitten und Markbomb managen? Ich sehe Sie auch nicht die ganze Zeit immer erheben, weil wir sowas mit dem Haus Ich sehe sie nicht, was ich möchte ja nicht so dunkel sind und ich sehe die ganze Zeit aber nicht zabreten und ich sehe auch nicht zu sehen, dass wir sowas nicht zu sehen, weil wir müssen heute lustig sind und mir stimmen werden kann, aber bitte nicht aufhöriget werden muss eluswürdig sind wenn ich sie nicht und ich etwas zu tun Komm, lass mich die Box verschieben, du Spiel. So. Hopp. Ach, das finde ich jetzt mal interessant. Nein. Ja. Hier wird auf einmal die Ecke ignoriert. Deswegen ist es auch interessant, dass sie... ...hier wegnehmen. Na ja, lass mal sehen wir. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020